So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier am 1. Juni, im Kindertag sozusagen, wo hinten das Oberkind, muss ja gezeigt sein. Hallo. Und wir befinden uns hier an einer der berühmtesten Stellen der Stadt. Das war an der Aral-Tankstelle in der Wuhlheide, nahegelegen dem, wie heißt das, FEZ, wo heute eine Wahnsinnsparty war. Quasi ein einziger Stand nur für 5000 Leute, wo es was zu trinken und zu essen gab. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier eine wunderbare Beköstigung und Betränkung erfahren an der Tankstelle. Druckbetankung, wie man das so sieht, wie man sieht. Und Tilly möchte jetzt gerne nochmal zeigen, wie sie es schafft, als angehende Standfrau bei Cobra 11 schon angefragt, eine Bierbüchse mit ihrem einen Kopf zu zerschlagen. Ist dabei. Achtung. Und es geht los. Achtung jetzt. Ja, wow. Unglaublich. Das ist überzeugend. Sie hat es geschafft, mit ihrem Schädel eine Bierdose zu zerquetschen. Sie wählt sich bei Cobra 11 schon mal am Standteam an. Das ist unglaublich. Wunderbar. Heute am Kindertag hier in der Wuhlheide. Am coolsten Platz der Stadt. Aral-Tankstelle in der Wuhlheide. Wuuuuh. Guten Tag. Guten Tag.